Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Legolas LP. Wir spielen heute das Spiel Tabs to Ridges. Ich starte blind in das Spiel. Ich habe es noch nie gespielt, wie ihr gerade seht. Der Sound gehört ein bisschen leiser gedreht. Sorry, falls es zu laut sein sollte. Ihr müsst es mir noch in die Kommentare schreiben. Was ich leiser, was lauter. Also, aber jetzt fangen wir mal an. Nachrichten, Superschurke entlassen. Willkommen zu Hause, Boss. Okay, weiter. Wir sind nicht ein Superschurke, oder was? Ich will nicht weiter. Willst du weiter? Also, scheiß Billas, sorry. Boss, kaufen Unternehmen, um dieses Mal die Welt rechtmäßig zu nehmen. Kaufen. Kaufen. Ah, das ist so ein Spiel. Jetzt verstehe ich. Also, das heißt, wir müssen uns hier jetzt Unternehmen kaufen, um die Welt zu übernehmen. Also, ein gutes Laberspiel. Passt. Dann, reden wir mal über... mich. Also, ich wollte, ich wollte... Ich wollte bloß sagen, dass ich jetzt wieder nicht immer regelmäßig Videos raufleihde. Auf das habe ich ehrlich gesagt niemals keinen Bock. Weil du musst es dir immer vornehmen. Und wenn du einmal keine Zeit hast, dann sind die Zuschauer beleidigt. Und das ist... Passt mir nicht. Wenn ihr versteht. Das ist nicht so meins. Wenn ich dann einfach nur... Wenn es dann heißt, ja, um die Suchezeit leide ich das und das hoch. Und wenn es dann einmal nicht kommt, dann regnen sich alle auf. Boss, fülle die... Fülle die Meilensteinleiste, um einen Geschwindigkeitsbonus zu verdienen. Also, ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Spiel des Öfteren zu Let's Playen. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, ihr wollt es überhaupt. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Ich weiß, hier tue ich nichts anderes, als herum zu klicken. Und schaut hier oben, als Städte zu besorgen. Wir haben jetzt 8469 hier. Neu Upgrade. Hier wieder Upgrade. Man verdient auch Geld, wenn man nicht spielt. Das finde ich auch recht cool. Hier unten. Da ist unsere Geldmaschine. Darum bedienen wir regelrecht sehr viel. Also, das ist das größte Teil, was ich noch sagen wollte, dass ich jetzt wieder aktiv bin. Aber nicht immer. Manchmal, meistens Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Unter der Woche nicht. Da habe ich nicht sehr viel Zeit. Das meine ich jetzt, aber wirklich sehr wenig freut. Ich schaue dann natürlich weiterhin Videos betreibe. Ich werde heute jetzt mehr Videos hochladen. Die Videos werden circa 10 bis 15 Minuten lang werden. Länger wird es nicht sein. Ihr seht jetzt, wir haben jetzt schon drei Gebäude. Es macht Fortschritte. Wir wollen noch dieses Gebäude dort haben. Um 60.000, den Hamburger Laden. Jetzt, achso, uns fehlen Moneten, ja. Aber wir haben keine Moneten mehr. Das ist jetzt blöd. Wir haben schon aber nicht genug Moneten. Also können wir so auch Moneten sammeln. Wir haben uns das Upgrade gekauft. Das heißt, wir kommen jetzt und endlich mal an. Wir müssen immer warten. Sehen Sie sich das an? Wie cool. Das Spiel gefällt mir sogar. Das ist geil. Digga. Weiter upgraden. Auf was dann auf Haus klicken. Also jetzt sparen wir mal auf die 60.000. Jetzt können wir es in Kauf mal her. Wir haben das auf der 6.64. Das ist ja ein Megadeil auch. Alter. Das ist glaube ich eine Tankstelle. Ne, ein Lagerhaus. Und die Hamburger Bude haben wir uns auch gekauft. Gönnen wir sie uns mal. Ich habe einen Weinstein. Die auch. Da hast du jetzt wirklich unendlich schnelle Moneten bekommst du hier unten. Dieses Spiel ist richtig cool. Also ich, ich sage mal, ladet er sich runter kostenlos auf Google Play, auf Google Play, ja, App Store, was auch immer ihr für Handy, Tablet, was auch immer habt, Samsung Galaxy App Store oder was auch immer. Ihr werdet es finden, hoffentlich zumindest. Oh Mann, Boss, du hast die Leistung verdient. Tippe zur Ansicht auf Leistung und hole deine Belohnung ab. Anfordern. Jetzt haben wir Moneten. Jetzt haben wir Geld. Wie viel haben wir? 100. Great Mam und dann das hier auch noch. So. ist ja mal mega cool warte mal wie viel kostet das hier oben eine million fünfhunderttausend bleiben wir mal da unten hätte ich gesagt ich habe es mir gekauft um einem diamanten habe ich mir gekauft als auf ob ich mir das um einen diamanten gekauft habe ja dann schaut mal auf hier muss ja mal was abreden gehen das ist unser haus jetzt versteht du hast ein geschäftsbonus 2.478.946 als ob wir so viele moneten bekommen my word these numbers are quite sustainable als ob jetzt muss man wieder ab im menü was bei den leistungen anfordern anfordern uiuiuiui uiuiuiui apparater chuck schwarzmann albert schenstein und wer ist das und wie bekommen denn level 2 wer ist das wer ist das mrs sparky mrs sparky als ob der mrs sparky heißt als ob der mrs sparky heißt und 3 millionen bräden unser geschäft ab aber das auch für den unendlichen meilenstein hier natürlich auch das auch alter wie geil diga ist ja mega mega sexy also ja habe ich dann auch nicht die videos werden so circa 10 minuten 15 minuten lang wieder ein neues video und hat alles draußen natürlich gekostet und wie ich wäre natürlich nicht nur dieses spiel let's play ich werde spiele vorstellen wie dieses hier ich habe mir vorgenommen das spiel werde ich weiterhin spielen weil es mir gefällt und zwar nicht nur gerade wenig es ist ein mega spiel 375 billionen auf der nächsten arena diga hier entspannen wir auf die 47 millionen hier müssen wir auch ein paar upgrades durchführen geschäftsbonus bonus 5 mal gewinn für 30 sekunden belohnung jetzt starten diga also jetzt möchte ich jetzt wissen wie viele moneten ich habe gleich bekommen werde warte mal als ob das ist ja so viel geld diga wie geil ist das ich habe 10 millionen bekommen what the fucking bullshit diga ist ja heftig heftigst ist der scheiß ja ist ja geil ja geil falls ihr im Hintergrund eine Stimme hört eine bekloppte Frau steht hinter mir die schreit wie verrückt das meine ich jetzt ernst keine lüge meine ich ernst meilenstein noch höhere upgrades jetzt mal hier ist mir zu macht wirklich richtig süchtig macht wirklich richtig süchtig ach das ist der laden berater ich habe mich schon ne geld werde ich mir nicht kaufen weil so schnell wie ich geld bekomme geschäft geschäft bonus 10 tippe entscheidung tippe entscheidungstreffer für 30 sekunden mal 10 ne warte rauf rauf geh rauf scroll rauf scheiß scheiß das haben wir jetzt verbraucht ne es sind sogar noch ein paar sekunden und da unten ist klöger da unten bekommen wir mehr mann netten ja wie heftig das geld fließt und dann kriege ich die hamburgerbude ab geschwindigkeit mal 4 geht doch ist ja mal mega geil ich empfehle euch das spiel nur taps to riches google play store ladet das runter richtig cooles game damit möchte ich mich auch wieder verabschieden wir sehen uns bei der nächsten folge taps and riches wir sehen uns bei der nächsten folge tschau tschau tschau